Future Planet Teil 2 Nachdem Mystery Man sich den E-Rangers angeschlossen hat, lebt und arbeitet er mit viel Vergnügen auf Future Planet. Black Boss ist leider durch ein Portal im Weltall verschwollen. Auf Future Planet läuft alles zur Zeit nach Plan. Die Crew sitzt gerade im Garten ihrer Station. Ach, schön bei euch. Cool, dass ich jetzt zu den E-Rangers gehöre. Liebe Freunde, uns ist ein großer Durchbruch gelungen. Unser Planet ist jetzt begrünt, aber unsere Fiona, die hat zur Zeit noch was ganz Cooleres entdeckt. Ja, was ich euch sagen wollte. Wir haben jetzt gerade eine Pflanze entwickelt, die noch zusätzlich an ihren Wurzeln die Energiesteine hat. Jetzt ist unser Planet richtig super versorgt. Stimmt's, kleiner Robot? Was sagst du denn dazu? Und ab. Doch leider sollte diese Entdeckung nicht unbemerkt bleiben. Sie haben neue Energiesteine. Das müssen wir im Black Boss berichten. Black Boss, sie haben neue Energiesteine. Was? Das ist doch unmöglich. Doch, wir haben es gesehen. Sie haben so eine Pflanze. Ich weiß aber nicht, wie sie heißen. Da kommen Energiesteine raus. Was? Da müssen wir uns einen Plan ausdenken, an diese Energiesteine zu kommen. Ich will die Macht der Energiesteine haben. Ja, Sir. Wir werden in der Nacht den Planet stürmen und uns so eine Pflanze holen. Ja, Sir. Es ist Nacht geboren. Black Boss startet seine Viere. Er will Richtung Future Planet. Black Boss, das sind die Pflanzen, wo die Energiesteine drin sind. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Sind die direkt unter den Pflanzen zu finden, die Energiesteine? Ja, unter den Wurzeln. Okay, Red Robot. Dann ist es jetzt deine Aufgabe, alles für uns einzusammeln. Roger, Roger. Jetzt? Schnell, beeilt euch. Nicht, dass die hier wach werden. Wir müssen vor Tagets Anbruchdiener fertig sein. Schnell, wir laden alles ein. Black Boss entkommt unbemerkt mit all den Energiesteinen und fliegt zurück zu seinem Planeten. Am nächsten Morgen finden die entsetzten E-Rangers ihre verwelkten und abgeernteten Pflanzen vor. Liebe Kollegen, wie konnte das nur passieren? Jemand hat es schon wieder auf unsere Energiesteine abgesehen. Was sollen wir nur machen? Wir werden uns in der Nacht auf die Lauer legen. Badaja. Als es Nacht wurde, hatten sich alle E-Ranger auf die Lauer gelegt. Jeder hatte sich tarnweise unter eine Pflanze versteckt. In dieser Nacht startete Black Boss los, um erneut wieder Energiesteine zu rauben. Er landete auf Future Planet. Er landete mich nicht. Oho. Wir sind wieder auf diesem Planeten. Wie es mir scheint, sind diesmal viel mehr Pflanzen, wo wir ernten können. Wollen wir loslegen, Kollege? Ja. Roger, roger. Black Boss, du schuft, ich habe dich. Mystery Man, du Verräter! Black Boss, wir werden morgen über dein Schicksal entscheiden. So ein Ärger. Nun muss ich bis an mein Lebensende hier als Gärtner auf Future Planet arbeiten.